Solange man das Gefühl hat, eigentlich muss in meinem Leben mehr möglich sein als das, was ich gerade lebe, man aber nicht den Mut hat, seine künsten Träume zur Lebenswirklichkeit werden zu lassen oder gar von der Ratio vom Kopf her sich seine künsten Träume ausredet, sich also damit tröstet, was ich auch nur zu gut kenne aus meinem früheren Leben. Es geht ja doch eigentlich ganz gut. Sei doch zufrieden mit dem, was du hast. Da draußen gibt es Menschen, denen geht es schlechter als dir. Kann das schon mal dazu führen, dass man nachts nicht den erholsamen Schlaf hat, den man eigentlich haben möchte oder den der Körper eigentlich braucht, um sich zu erholen, um zu regenerieren? Deshalb würde ich mit dir heute mal gerne darüber sprechen, was deinem Seelenplan, dem Beruf deiner Seele auch wirklich zu folgen, was das mit deinem Schlaf zu tun hat. Ich kenne das nur zu gut auch aus meinem früheren Leben. Wie oft bin ich nachts wach geworden und ja, Gedankenkabarett um dies und jenes. Bin nachts wach geworden, habe mir Sorgen gemacht. Bin nachts wach geworden, weil ich unzufrieden war mit verschiedenen Dingen in meinem Leben. Und entsprechend gerädert bin ich morgens natürlich aufgewacht. Und das ist ja dann wie so eine Schleife, in der man sich befindet. Und jetzt mal unabhängig davon, was ich dir schon mal sagen kann, sobald du deinen Seelenplan klar hast und dem Ruf deiner Seele auch folgst und wirklich dir das Leben nach deinen kühnsten Träumen auch erschaffst. Weil das gibt es ja definitiv. Du hast ja die Träume von dem Leben, wie du sie hast, nicht von anderen übergestülzt, sondern das kommt ja aus dir raus und das ist ja definitiv schon da. Wir funktionieren nur halt aus Konditionierungen heraus, wie ich das ja auch mal gemacht habe. Mach einen guten Schulabschluss, such dir eine Stelle oder einen Beruf, einen Job, mit dem du dich gut mit dem Leben arrangieren kannst. Und ja, bei mir war es noch so der Gedanke damals, wenn du da mal in Rente gehst, dann, dann kannst du ja anfangen. Das sind ja Dinge, müssen wir nicht mehr drüber reden, das wollen wir ja alle nicht mehr. Bei mir hat es auch viele Jahre gedauert, bis ich die Kurve ja gekriegt habe, wo ich gesagt habe, so, jetzt bekomme ich Klarheit zu meinem Seelenplan, zu meiner Mission, folge dem Ruf meiner Seele, kreiere daraus meinen Seelenberuf. Und erschaffen mir, für mich und auch für die Family ein wirklich freies und selbstbestimmtes Leben. Das verändert natürlich alles im Leben. Und das ist natürlich auch unbequem, diesen Weg zu gehen, weil dann darf man ja stabil Dinge anders machen als bisher. Man darf sich natürlich auch auf diese Reise begeben, stabil anders zu denken, zu fühlen und zu handeln als bisher. Weil das sind ja nun mal die Dinge, mit denen wir uns unsere Lebenswirklichkeit erschaffen. Und da kommen auch so Verlustängste auf. Das war bei mir auch mal so. Was ist, wenn die Familie nichts mehr von dir wissen möchte? Du stehst da ganz alleine da. Dein Mann will nichts mehr von dir wissen. Du reißt die Familie auseinander. Die Kinder wollen dich nicht mehr haben. Und, und, und. Das ist alles so ein Gedankenkabarett, was da im Kopf an Gedankenkino einfach losgeht. Die Wahrheit ist aber, je mehr du dir erlaubst, wirklich in deine wahre Größe zu gehen, wirklich die Klarheit zu bekommen, was deiner wahren Größe auch entspricht und das auch zu leben, deine Botschaft, deine Mission mit der Welt da draußen zu teilen und auch vor allem deine Vielseitigkeit zusammenzufügen, sodass ein wunderbares Ganzes entsteht. Ich bin mir ziemlich sicher, du hast ganz viele Interessen, Fähigkeiten, Begabungen, Stärken, die dir nur so zu einem Bruchteil bewusst sind. Das ist auch eines der Gründe, warum du so eine Ahnung hast. Es muss mehr in meinem Leben möglich sein, als das, was ich bis eben lebe. Und was du vielleicht auch bis eben so ein bisschen als ein Handicap ansiehst, dass du gar nicht wegen deiner Vielseitigkeit und weil du möglicherweise dir auch schon viel Wissen angeeignet hast, autodidaktisch oder auch schon Mentoren, Coaches an deiner Seite hattest, aber bis eben immer noch nicht da angekommen bist, wo du eigentlich hin möchtest. Deshalb geht es bei dir darum, wirklich ein wunderbares Ganzes entstehen zu lassen, was wirklich deiner Essenz, deiner Seelenessenz entspricht und da all deine Talente, Fähigkeiten, Begabungen und Stärken zusammenzufügen, sodass du dich, ich sage es jetzt mal schwarz-weiß gesagt, auf allen Ebenen austoben kannst, dass nichts von dir auf der Strecke bleibt und du über all die Dinge sprechen kannst, die dir entsprechen und die du gerne mit der Welt da draußen, mit wem auch immer, teilen möchtest. Und da geht es nicht darum, dass du die Welt da draußen retten musst oder solltest, sondern deine eigene Botschaft, deine Mission, die du mit dir hergebracht hast, gepaart mit deiner Vision, also wie dein ideales Leben auch ausschaut, dabei die Inspiration für die Menschen zu sein und die dabei zu begleiten, damit die auch da ankommen, wo du jetzt dich auf diesen Weg begibst, wenn du deinen Seelenplan lebst. So, das dazu. Dennoch gibt es jetzt hier mal einen Tipp für dich, den ich zu der Zeit, wo ich auch noch so in dieser Gelebtwerdenfalle war, mich in diesem Hamsterrad gefangen gefühlt hatte, die Idee von einem freieren Leben hatte, aber noch nicht wusste, ja, wie komme ich denn da hin und das mir manchmal nachts tatsächlich so den Schlaf geraubt hat. Was du machen kannst, was ich damals auch gemacht hatte. Ich hatte so in meiner Vorstellung am Schlafzimmer, am Schlafzimmer, an der Schlafzimmertür, am Schlafzimmerfenster wollte ich jetzt schon sagen, an der Schlafzimmertür mit hervorragend gesprochen, ein Schild, da stand drauf, Stopp. Jedes Mal, wenn ich abends zu Bett gegangen bin, habe ich mir dieses Stoppschild vorgestellt. All die Gedanken, die mich gerade beschäftigen, belasten, all die Probleme, Herausforderungen, die Unklarheit, wie geht es weiter und was ist wirklich so mein nächster Schritt und, und, und. Manchmal waren auch so Gedanken dabei, dass ich auch schon mal gedacht habe, ich habe es nicht verdient, wirklich in die andere Richtung zu gehen, was ja mein Mind ja auch dann irgendwie belastet und beschäftigt hatte. Also all das, was mich gerade, um es auf den Punkt zu bringen, beschäftigt und belastet, bleibt hier vor der Tür. Das nehme ich jetzt mental nicht mit ins Schlafzimmer, das nehme ich mental nicht mit ins Bett. Ich gehe jetzt da rein, alles andere bleibt hier draußen. Morgen früh bin ich wieder für euch da. Ich lege mich hin und habe einen wunderbar erholsamen Schlaf. Jetzt ist das mir natürlich nicht so zu 100% immer gelungen oder oft nicht gelungen. Und wie habe ich diesen Switch noch gekriegt, das zu ändern? Deshalb gebe ich dir das auch weiter. Es ist wirklich manchmal so einfach, wirklich so einen Stopp zu machen. Ihr bleibt jetzt hier vor der Tür, habt mich ins Bett gelegt. Und damit der Kopf keine Chance hatte, der Qualitätsoberbeauftragte, unser süßes Spatzenhirn, dass uns aufgrund der Konditionierungen, die so tief in uns sind und uns die interessantesten Geschichten erzählt, dass etwas nicht geht, weil, um dem eine Aufgabe zu geben, gibt es einen Satz, den ich dir jetzt mit auf den Weg gebe. Ruhe, Frieden, Harmonie und Gesundheit, dir lieber Körper. Und diesen Satz, ich habe mich dann hingelegt und habe mir aber nicht diesen ganzen Satz gesagt, sondern immer ein Wort. Und damit habe ich meinem Kopf so die Aufgabe gegeben, sich auf diesen Satz zu fokussieren. Und er hatte keine Chance, sich mit Problemen und sonstigen Dingen zu beschäftigen. Und zwar habe ich mich dann auf den Rücken gelegt, habe eine Hand aufs Bauchschakra gelegt, habe mich auf meinen Atem fokussiert, Augen zu. Also ich habe dann schon geschaut, dass so mein Rücken gerade ist, dass die Energie da so ein bisschen frei fließen kann. Und habe mit jedem Einatmen nur einen Satz mehr, nur ein Wort mehr gesagt. Mit dem ersten Einatmen, Ruhe. Mit dem zweiten Ausatmen, Frieden. Mit dem dritten Ausatmen, Gesundheit. Also diesen ganzen Satz, aber Wort für Wort, mit jedem Einatmen mich darauf fokussiert, weil dann hatte auch der Kopf eine Aufgabe. Und ich bin dann auf eine ganz andere Art und Weise eingeschlafen, habe auf wundersame Art und Weise es nachts geschafft, auch durchzuschlafen, beziehungsweise wenn ich mal wach geworden bin und Gedankenkabarett hat eingesetzt, habe ich mich wieder auf den Rücken gelegt, die Hand wieder aufs Bauchschakra gelegt und habe mit diesem Satz wieder weitergemacht. Und dann ist Folgendes passiert, dass ich da ganz rasch auch noch mal eingeschlafen bin und morgens zur damaligen Zeit noch, heute ist das anders, aber zu damaliger Zeit, als dann in der Früh der Wecker geklingelt hat und Zeit zum Aufstehen war, ich auf eine andere Art und Weise nachts geschlafen hatte. Viel erholsamer und natürlich auf eine andere Art und Weise morgens aufgewacht bin. Und so einfach kann es sein, auch wenn der Kopf, das ist auch eine interessante Konditionierung, es kann ja nicht so einfach sein, wenn es ja so einfach wäre, würden es ja alle machen. In der Einfachheit liegt oftmals die größte Veränderung. Und wenn du magst, schau dir gerne mein kostenfreies Videotraining auch an, das ist brandneu, wie du dir mit deinem Seelenplan dein freies, selbstbestimmtes Leben gestaltest. Du findest in der Nähe von dem Video den Link. Klick drauf, brauchst mir einfach nur zu sagen, wo ich es dir hinschicken darf und schau dir das Videotraining an. Es dauert nicht lange, aber es hat ganz, ganz essentiell wesentliche Punkte für dich, die ich auch mal umgesetzt habe, um da anzukommen, wo wir heute eben auch mit der ganzen Family stehen, nämlich frei und selbstbestimmt auf der Welt unterwegs zu sein und dennoch irgendwo eine Basis zu haben. In diesem Sinne, hab noch einen wunderschönen Tag und ja, dann sehen wir uns gleich im Videotraining, wenn du magst. Bis dahin, ciao, ciao.